Oh, Mann. Die sind auch da ausdecken. Ja. Ja, da ist die eine mit dem Vieh wieder. Zumindest ist sie... Der linke Flügel ist im Arsch. Also, die Bretter, die zerbrechen nicht. Ich hoffe, ich. Nee, die halten schon. Es ist morschrutschig und... Was ist morschrutschig? Hm. Was liegst du drin? Da lach ich dich aus. Halt, guck doch! Stell dich auf das hintere Brett, das ist durchgesägt. Wo ist durchgesägt? Da. Was? In der Mitte. Ja. Ich tu nicht so, als wär's stabil. Ja, irgendwie. Stell dich mal da in der Mitte drauf. Hast du gehört? Ja.